Der für Österreich morgen ein WM-Qualifikationsspiel gegen Zypern in Nicosia auszutragen hat. Hier haben wir Otto Rehagel, der das Ganze aber dennoch gelassen nimmt. Und schließlich auch noch der Japaner Okodera nicht dabei, wegen einer Muskelverletzung. Und das zwang Otto Rehagel, hier die ersten Mönchengladbacher, vorne, rechts, Hannes, dann Fronzek, Rahn und Brun. Und das zwang Otto Rehagel, heute noch einmal Klaus Fichtel-Libero spielen zu lassen. Hier also die Mönchengladbacher Borussia, überwiegend weiß gekleidet, während die Bremer vorwiegend grün gekleidet sind. Schiedsrichter Hontemheim aus Trier in der Mitte. Bei Borussia Mönchengladbach auch ein Spieler nicht dabei, nämlich der Abwehrspieler Kraus. Auch er ja Österreicher, auch er morgen für Österreich in Zypern. Hier haben sie die Aufstellung der Borussia Ringels mit der Nummer 2, ist also neu in die Stammformation hineingekommen. Ansonsten die Erfolgsbesetzung der letzten Wochen, die ja in den letzten Bundesligaspielen so überaus viel Glück in den letzten Minuten hatte. Hier rechts Mannschaftskapitän Benno Mühlmann für Werder Bremen, links Wilfried Hannes für Borussia Mönchengladbach. Sie erkennen beim Gladbacher noch eine Bandage und erinnern sich vielleicht, dass er sich gegen Stuttgart den Arm gebrochen hat. Die Bremer Aufstellung. Wie gesagt, mit Klaus Fichtel als Libero ebenfalls neu hineingekommen ist Norbert Siegmann, der wahrscheinlich gegen den Borussen-Sturmführer Mühl spielen wird. Neubart soll nun von Anfang an mit der Nummer 9 also eine Chance bekommen. Sonst wurde er ja meistens als sogenannter Joker eingesetzt, wenn entweder Rudi Völler vom Platz ging oder ein anderer Spieler. Werder Bremen hat Mittelanstoß. Das sind die Beine des längsten Spielers von Frank Neubart, der in diesem Moment das Spiel angestoßen hat. Johnny Otten, der Außenverteidiger und erste Aktion der Mönchengladbacher durch Ringels. Das ist Herr Lofsen. Und Foulspiel von Neubart. Freistoß für die Borussia. Bruns, Hannes, der Kapitän, Winfried Schäfer. Da haben wir nochmal den Senior im Team der Gladbacher mit 34 Jahren. Und Benno Müllmann. Nur noch Bruns vor ihm. Ja, mittlerweile ein halbes Dutzend. Da haben sie den Bremer Kapitän. Offensiven Mittelfeldspieler seiner Mannschaft. Lothar Matthäus. Wieder Neubart, Norbert Mayer und Sitzka. Rein das. Er hat, der Schiedsrichter, eine Regelwidrigkeit von Mayer erkannt. Er ist ein bisschen genau am Anfang. Vielleicht ist er gut beraten in diesem wichtigen Halbfinalspiel um den DFB-Pokal. Das ist Frontseck. Jetzt Lienen. Fehlpass. Meier. Rigoberto Gruber. Bruns vor Otten. Schäfer. Müll sehr eng gedeckt von Siegmann. Da sind die beiden wieder im Zweikampf. Das ging Schiedsrichter Hontheim zu schnell mit dem Freistoß. Herr Lofsen, der Norweger. Herr Lofsen, der Norweger. Nochmal beim Anwurf. Bisschen leichtsinnig, was die Bremer da im eigenen Strafraum vollführt haben. Die Bank der Gladbacher. Ganz rechts Jupp Heynck ist daneben. Der Konditionstrainer Karl-Heinz Trigalski. Ein früherer Zehnkämpfer, der für die Kondition der Borussia schon ein Dutzend Jahre verantwortlich ist. Matthäus. Matthäus. da haben wir franzek dessen vater übrigens 1960 beim ersten pokalsieg der borussia in dieser mannschaft stand damals auch im mittelfeld ist gelernter mittelfeldspieler aber jetzt verteidiger man nannte das nur damals noch außenläufer eine tradition also die sich fortsetzt und klaus fichte der dienstälteste profi im bundesdeutschen fußball mit 39 jahre gruber misslungener pass von sitka matthew konter über neu die ein zusätzlich die 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 Schöne Flasche auf Mill! Und herrlich gehalten von Dieter Bodensky, die erste wirklich große Kombination. Möhlmann hat viel Raum im Mittelfeld, Norbert Meier kommt zu spät. Schäfer, Uwe Rahn, Herlobsen, Tja, Aufregung auf der Bremer Bank, ganz rechts Otto Reagel, Matthäus und Uwe Reinders. Meier gegen Bruns, Endstation Sude. Mill gegen Siegmann und erster Eckball in diesem Spiel überhaupt. Lothar Matthäus wird treten. Lothar Matthäus wird treten. Hier. Hier. Und Eckball von der anderen Seite, Winfried Schäfer. Ringels. Gegenzug läuft über Otten. Und was Sie nicht sehen können, Rigoberto Gruber. Hier haben wir es im Bild. Ist voll getroffen worden. Und die Bremer Betreuer kommen auf den Platz. Da ist Klaus Fichtel bei ihm. Der Schuss von Ringels hat ihn offensichtlich voll in den Unterleib getroffen. Hier haben wir nochmal die Wiederholung der Szene, die dann zu dem Konter über Otten führte. Ja, Gruber steht wieder. Und er kann hoffentlich weitermachen. Fähre Gäste hier, nachdem die Gladbacher den Ball ins Aus gekickt hatten, warf Norbert Meier den Einwurf wieder zu den Gladbachern hin. Auch das ist also heute in einem so wichtigen Spiel möglich. Ich habe das vor kurzem mit der Bundesliga mal anders gesehen. So, wieder Meier. Und Benno Müllmann. Nein, das ist Reinders, verzeihen Sie. Hier haben wir Müllmann, den Kapitän. Klaus Fichtel, 506 Bundesliga-Einsätze. In dieser Saison ganze zweimal, aber dafür heute in diesem wichtigen Halbfinal-Pokalspiel wieder mit dabei von Anfang an. Da wird Gruber nochmal behandelt. Und Uwe Rahn, Ewald Lienen, Bruns und Fronzek. Tja, da kann Jupp Heynckes nicht zufrieden sein. Obwohl seine Mannschaft in den ersten 14 Minuten wesentlich mehr vom Spiel hatte. Und beim Kopfball von Mill auch die einzige echte Torchance. Mehr aber ist noch nicht dabei rausgekommen. 0 zu 0 vor 38.500 Zuschauern am Mönchengladbacher Bökelberg. Das macht eine Bruttoeinnahme von knapp eine halbe Million. Übrigens wird Rigobert Gruber immer noch am Spielfeldrand behandelt. Die Bremer im Moment also nur mit 10 Mann. Und ich sehe gerade, dass sich wahrscheinlich Karl-Heinz Kamp bereit macht ins Spiel zu kommen. Rahn, Matthäus, ich würde mal sagen leicht zu schieben. Das ist jetzt vom Langen Neubart. Freistoß, sagt der Schiedsrichter. Und Gruber ist wieder auf dem Platz. Sie werden ihn sicher gleich in der Abwehrmauer erkennen. Bruns. Das ist ja eine Entfernung für den Libro der Mönchengladbacher. Und das ist der Mann, den wir so oft hören über unser Geräuschmikrofon. Hier die Wiederholung des Freistoßzuspiels von Matthäus und der Schuss von Bruns einen Meter zu hoch. Weil es so schön war. Nochmal. Ja, Kamp macht sich dennoch bereit, während die Bremer jetzt einen Angriff zu starten versucht haben. Ich befürchte, dass Gruber, der im Mittelfeld rumhumpelt, nicht mehr lange dabei sein kann. Tapfer hält er durch, bis es vielleicht eine Einwechselmöglichkeit für Kamp gibt. Sie haben gerade gesehen, das schmerzverzerrte Gesicht des Vorstoppers von Werder Bremen. Hier die Gladbacher wieder mit Fronzek. Winfried Schäfer. Neubert geht weit mit zurück. Hannes. Und da hat der tapfere Gruber sogar noch einmal gerettet. Jetzt bahnt sich der Wechsel an. Das ist wirklich ein Pech für die Bremer, das muss man sagen. Nun der vierte Stammspieler raus, Rigoberts Gruber. Eben sicher unbeabsichtigt von Ringels Schuss getroffen. Und dafür nun Karl-Heinz Kamm, der ja hier in Doppelfunktion tätig ist. Auch als Assistenztrainer von Otto Rehagel. Auch längst nicht mehr Stammspieler. Und er muss jetzt sofort aufpassen beim Eckfall von Bruns. Da wollten die Zuschauer einen weiteren Eckball gesehen haben. Aber Schiedsrichter Hondheim sagt Abstoß. Neubert. 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 meyer abseits position signalisiert vom linienrichter und gepfiffen von herrn hondheim freistoß für mönchengladbach uns schöner doppelbach müllmann mit einer riskanten rückgabe Und Ringels wäre dran gewesen. Gladbacher gewinnen jetzt mehr Zweikämpfe im Mittelfeld. Aber den hat Mill verloren. Da haben wir Kamp. Schöner Ausrisspass. Otten. Schöner Ausrisspass. Das ist Johnny Otten, der gegen den Zweimannsturm der Gladbacher keinen direkten Gegenspieler hat. Und Norbert Mayer. Klaus Wichtel. Schöne Aktionen jetzt von Herlobsen. Aber Lienen findet im Moment noch keine Bindung zum Spiel. Hier haben wir Ewald Lienen. Benno Müllmann für Bremen. Lothar Matthäus. Bohns. 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 hier sehen sie die szene noch mal was sie ja da hinten konnten sie sehen dass noch ein bremer abwehrspieler neben dem torwart hintermild stand und deswegen war die entscheidung von schiedsrichter hondheim völlig korrekt eckball von rechts getreten von lothar matthäus noch mal matthäus linie und er hätte möglicherweise genau gefasst aber die topo getrenzt die hat aufgepasst hier kommt der schuss aus spitzenwinkel eckball nummer vier für borussia mönchengladbach schäfer tritt mill immer wieder eng gedeckt von siegmann fünfter eckstoß für die borussia es steht aber nach 25 minuten weiterhin 0 zu 0 im dfb halbfinale zwischen mönchengladbach und bremen aber riskante querpässe in der eigenen hälfte mille wo ist siegmann das ist scharf der jetzt bei ihm ist auch lieber röf fichtel rausgekommen ufe reinders gegen wilfried hannes zittka noch mal rein torhüter uli sude klaus fichtel sogar beim ausflug über die mittellinie zum ersten mal in der – 54 minuten – klaus fichtel war in der märz mit in die feststeilie zu weit in die feststeilie klaus fichtel sogar beim ausflug über die mittellinie zum ersten mal in der märz mit in der und rein das das norbert meyer mir Ringels. Und Klaus Fichtel, der den sechsten Eckball für Mönchengladbach verursacht. Aber nach einer knappen halben Stunde steht es immer noch 0 zu 0 am Bökelberg. Die Gladbacher zwar mit wesentlich mehr Spielanteilen, aber nur mit einer zwingenden Chance. Bruns tritt den Eckball. Mit dem linken Fuß. Man kann also darauf spekulieren, dass er ziemlich nah ans Tor kommen könnte. Noch nicht mal. Aber Schäfers Chance. Nee, das war Herloffsen, der sich hier aber fast selbst ausgetrickst hat, anstatt sofort zu schießen. Zum ersten Mal hört man auch Werder, Werder. Ja, Schlachtrufe. Ich sagte Ihnen, 1500 Schlachtenbummler etwa sind von der Weser an den linken Niederrhein mit ihrer Mannschaft rübergekommen. Und man muss wohl jetzt damit rechnen, dass Werder hier gezwungenermaßen jetzt bei dem Ausfall von vier Stammspielern natürlich sich auf die Defensive verlegt. Was aber immer wieder Konterchancen über Neubert und Rhein, das eröffnet. Wir haben so andeutungsweise zwei-, dreimal was gesehen. Aber kein einziges Mal geriet das Tor von Sude in Gefahr. Der Ball ist weg. Hier haben sie ganz links den verletzten Okudera. Der Japaner, der einen Muskelfaserriss hat und dessen Einsatz unmöglich war. Und ganz rechts außen, er fasste sich gerade an die Nase. Rudi Völler gesperrt nach der zweiten gelben Karte im Pokal. Das ist ja das Kuriose. Beim Pokal ist bereits das zweite Gelb einmal aus im Spiel während des Jahres in der Bundesliga erst nach vier gelben Karten der Fall ist. Herlobsen, der da ganz offensichtlich Schmerzen nach dem Zusammenprall hat. Hier erkennen wir vielleicht noch mal wie es kam. Zusammenprall. Möglicherweise sogar mit dem eigenen Mann. Der Norweger Nationalspieler seines Landes, ein defensiver Mittelfeldmann, konsequent in der Bekämpfung des Gegenspielers. In diesem Fall hieß der meistens Norbert Mayer. Ja, hier sieht man die Szene noch mal. Aber inzwischen ist Herlobsen wieder mit dabei. Mill gegen Siegmann. Also vielleicht achten Sie mal drauf, liebe Zuschauer. Der gute Mill ist meistens einzige Spitze. Und dann kommt erst ein breit angelegtes Mittelfeld, zu dem ich in diesem Fall oft auch Evalinen zähle nach. Ich weiß nicht, ob das die richtige Taktik ist gegen diese Bremer Abwehr. Ja, hier gibt es zwei Pfefe. Ich bin der Meinung, Schiedsrichter Honthalm hat recht. Ringels ist mit beiden Beinen hier reingestiegen. Und das sollte man abpfeifen. Freistoß also. Achten Sie noch mal drauf. Na ja, bin ich nicht mehr ganz so sicher. Aber Freistoß, gesagt ist gesagt. Und das Spiel läuft wieder. Sitka, gefährlich! Der abgefälschte Ball hätte Sude fast auf dem falschen Fuß erwischt. Hier hat Otten das Leder. Und nun Sitka. Sehen Sie, da geht Bruns ran. Und das wäre natürlich was gewesen. So schnell kann es passieren. Gegenzug über Matthäus. Wieder Sitka. Hannes. Schäfer. Schäfer. Lienen. Scharf ist bei ihm. Freistoß für Mönchengladbach. Uwe Rahn liegt da am Boden. Das ist eine Entfernung. Hier sehen Sie die Wiederholung dieser Szene noch mal. Rahn umgestoßen. Freistoß, Entfernung. Etwa 25 Meter. Das ist die Entfernung für die Scharfschützen Bruns und Matthäus, die auch beide am Ball stehen und beide gestikulieren sie im Moment. Daneben auch Wilfried Hannes. Auch er hat ja mit Verlaub einen Mordschuss. Matthäus ist es. Möhmann hat abgebildet. Da ist er wieder, der Kapitän der Bremer. Ja, hier im Bild jetzt Matthäus. Meier. Ja, Ottner. Das hat der Bruns zwar gut gemacht, aber man sieht, dass dieses Spiel der Mönchengladbacher den Bremern, auch dieser Bremer verlegen als Elf, durchaus Konterchancen einräumt. Und noch 0 zu 0 nach 36 Minuten am ausverkauften Bökelberg. Oh ja. Was Sie nicht sehen können, auch Bruns hockt da noch auf dem Boden. Vielleicht hat er sich bei diesem Rückpass etwas getan. Ja, er signalisiert, er sei verletzt. Offensichtlich eine Oberschenkelzerrung. Oberschenkelzerrung. Oder eine Leistenzerrung. Der Mannschaftsarzt Dr. Gerhard ist bei ihm, der zugleich hier der dritte Vorsitzende der Borussia ist. Spiel läuft weiter mit Otten. Otten, der bisher aus seiner freien Rolle in der Abwehr eine ganze Menge gemacht hat. Schäfer nur. Ewald Liening. Es wird viel zu wenig geschossen, wenn die Borussia im Angriff ist. Das ist Müll. Und immer Siegmann bei ihm. Sie sahen ihn ganz kurz. Müllmann. Müllmann. ich höre gerade von unseren kollegen am spielfeldrand der bronz hat also beschwerden in der leiste durch diesen ausrutscher beim rückpass aber er spielt weiter mill gegen siegmann die haben wir die szene noch mal nicht im abseits klaus fichtel hat da vorbei und loter matthäus in seiner letzten saison schießt ein ganz wichtiges tor für die borussia was mag jetzt in jub heinkes vorgehen hier sehen sie noch mal den pass von wilfried hannes und wie klaus fichtel den ball nicht trifft und dann hat natürlich loter matthäus leichtes spiel gegen dieter bodensky ja und sofort ist die stimmung die schon so ein bisschen weg war wieder da klar bei dem resultat am bökelberg wo war die borussen abwehr hier sehen sie sich noch mal und der nationalspieler der bremer der nach der wm erst zu seinen berufung kam nimmt hier die gratulation von klaus fichtel entgegen hier sehen sie es noch mal völlig allein ist der bremer mittelfeldspieler und nutzt die chance zum ausgleich b Vielen Dank. Vielen Dank. Aber noch eine Freistoßchance für Borussia Mönchengladbach. Otto Reage. Bruns. Ringels. Auch hier sah die Abwehr, diesmal der Bremer, nicht gut aus. Da sehen Sie nochmal den Freistoß von Bruns. Hannes. Da sind eigentlich zwei Bremer in der Nähe des Balles, aber Ringels nutzt die Chance. Was der sich freut, der ja viel Verletzungsfecht hatte, der Norbert Ringels und seine Stammposition verloren hatte, jetzt erst wieder reinkam, weil Kraus für Österreich in Zypern spielt. Und noch einmal diese Möglichkeit, die von Ringels konsequent genutzt wurde. Ja, die Mönchengladbacher scheinen nach dem Motto zu verfahren, am Ende sei stark. In den letzten Bundesligaspielen, jeweils am Spielende, manchmal auch in der 93. Minute. Hier jetzt am Ende der ersten Spielhälfte, sagen wir es ehrlich, es war noch kein großes Spiel, aber diese letzten fünf Minuten, die haben natürlich mit den Toren auch die Wurzel in diese Pokalpartie gebracht. Und sagen wir auch nochmal, dass die Bremer jetzt mit vier fehlenden Stammspielern sich bisher achtbar aus der Affäre ziehen. Dann schimpfen sie nicht zu sehr, liebe Bremer-Fans, auf Klaus Fichtel, dem doch eine Menge Matchboxes fehlt. Und sonst wäre ihm vielleicht der Schnitzer, der zum 1 zu 0 durch Matthäus führte, gar nicht unter Lauf. Noch ein Eckstoß, 45 Minuten sind vorbei, es gab ein paar kleine verletzungsbedingte Unterbrechungen. Der Torschütze Ringels tritt ihn. Freistoß nach der Attacke gegen Uwe Rahn. Im Prinzip möchte ich aber feststellen, eine faire Partie hier vor 38.500 Zuschauern. Ja, das war wohl mehr Unbeholfenheit in dem Fall. Benno Möhlmann hat Rahn getroffen und es gibt nochmal Freistoß, klare Sachen. Lienen. Ja, wenn er rechts so schießen könnte wie links gelegentlich. Das ist der Halbzeitpfiff. Wir haben eine Minute und 15 Sekunden über die Zeit gespielt. 2 zu 1 Führung für Borussia Mönchengladbach durch die Treffer von Matthäus in der 40. und Ringels in der 44. Minute. Den zwischenzeitlichen Ausgleichsstand erzielte Norbert Mayer in der 42. Minute. Und mal sehen, ob Dieter Adler dort unten einen Gesprächspartner hat. Rudi Völler. Ja, den haben wir. Uri, die letzten 5 Minuten, die waren natürlich aus Krämer Sicht ein wechselbarter Gefühle. Wie würden Sie das schildern, vor allem mit den Problemen in der Abwehr? Ja. Von unserem Konzept bis zum 1-0 der Glattfahrer ging eigentlich sehr gut auf. Wir wollten den Gegner schon bei der Balleinnahme stören, haben wir auch gemacht. Und durch das 1-0 ist natürlich alles etwas über den Haufen geworfen worden. Aber dadurch ist unser schönes, so eine herrliche Flanke von Ufer rein. Was hat denn der Rigobertober genau, wissen Sie es? Ja, der hat eine Freilung am Knie und er hat es zwar nochmal versucht, aber er konnte dann weiterspielen. Ihnen selber wird das natürlich hart ankommen, auf der Bank zu sitzen, wegen dieser zweiten Karte von Stuttgart. Ja, das ist richtig hart hier bei so einem Publikum oder in so einem Stadion, bei so einem wichtigen Spiel vor allen Dingen. Ist natürlich sehr hart. Was wird der Trainer machen, um das Spiel noch umzubiegen? Was glauben Sie? Wir werden jetzt mal wahrscheinlich so eine Viertelstunde oder 20 Minuten so weiterspielen. Und dann müssen wir natürlich nochmal alles, was gieren ist, ganz klar. Na, dann wollen wir sehen. Ich glaube, Klaus Schwarz hat auf der anderen Seite des Platzes auch noch ein Interviewpartner. Danke Ihnen. Nein, ein Interview haben wir nicht, meine Damen und Herren. Hier gibt es jetzt für die Zuschauer im Stadion eine kleine Pause. Für Sie zu Hause, falls Sie sich nur für Fußball interessieren sollten, natürlich auch. Aber ich würde Ihnen dennoch raten, am Fernsehgerät zu bleiben, denn wir haben einen spannenden Bericht mit spektakulären Bildern anzubieten. Denn heute gab es in Bremen ein internationales Speedway-Rennen mit der Weltspitzenklasse dort am Start. Und es... Am Ball stand Mill und das ist Schiedsrichter Hontheim. Der mit der Passie eigentlich keine Probleme hat. Die zweiten 45 Minuten laufen. Und soweit wir das sehen, beide Mannschaften unverändert. Die Bremer, das muss man gleich hinzufügen, haben ja auch nicht mehr allzu viel Alternativen. Sie haben zwei junge Amateure, vor allen Dingen noch neben Wöhnke, dem Stürmer auf der Bank. Wodenski, sicherlich an beiden Gladbacher Toren, völlig schuldlos. Und hier Klaus Fichte. Die Klaus Fichte. Dieaysüge mit zur Seite. Also ha dominates Jotuner. Die Kuh else, wir können ihn verkcautze. Der Bericht der Klaasleiter Resistance ist ein Buch. Die Klaus Fichte ist nicht mehr finanziellt. Die Klaus wird der Indimus für die Klaus Fichte bis lang. Die Klaus werden verif Adams starten. Dieter Wodenski Klaus Wichtel, im November wird er 40. Wieder Sitka. Beinschuss, der nichts brachte. Siegmann-Koll zur Sache gegen Mill. Ermahnung, aber keine Verwarnung. Wenn Sie genau hingesehen haben, er hat den Ball gespielt, aber das war schon eine riskante Angelegenheit. Ich weiß nicht, ob Sie nicht mehr. schön gemacht von meyer auch eher reaktiviert er war ja schon amateur trainer und dann merkte man dass man einen erfahrenen spieler in dieser borussenmannschaft brauchte und er ist durchaus ein gewinn für diese manche ich kann es rein was der sieht man da gemacht hat uberan wengels schäfer hannes wird viel zu spät geschossen jetzt linie hier sehen sie den schuss noch mal ja von sitka abgefälscht aber kein problem für die hier ist der schütze aus norwegen gefährlich zwei gegen zwei aber linien kommt dann scharf nicht vorbei der übrigens aus der eigenen jugend das kommt hier Immer wieder Mill. Die Zuschauer glaubten, Hand von Böhmann gesehen zu haben. Der Schiedsrichter nicht. Matthäus. Der Ringels hat auch viel Raum. Hat Fichtel gut aufgepasst. Hannes entschuldigt sich bei Neubert, den er hier regelwidrig ganz klarer Fall von den Beinen geholt hat. Das ist der längste Mann auf dem Platz. 1,90. 1,90. Und den Freistoß tritt Meier. Und Neubert! Das war eine tolle Aktion. Und da hat wirklich nicht viel gefehlt. Hier sehen Sie es nochmal. Da hätte sich der Hannes beinahe mit seinem Foul ganz schön was eingebräumt. Diesen Kopfball konnte er nicht verhindern. Die Bremer sind hier noch längst nicht geschlagen. Fronzeck hat mir sehr gut gefallen im ersten Durchgang. Viel für die Offensive getan. Lienen. Und Meier. Kampf. Auch so um die 36 Jahre alt. Also das ist schon fast ein Seniorentreffen hier. Fichtel 39, Kampf 36, Schäfer 34. Dieter Bodensky, auch sein Vater. Wenn ich eben von Fronzeck sprach. Ja, ein bekannter Fußballer, Nationalspieler für Werder Bremen und für den FC Schalke 04. Herbert Bodensky erschoss das erste Nachkriegsländerspieltor 1950 auf Busenbetracht gegen die Schweiz. Da ist wieder Fronzeck. Toll, wie sich der Junge hier gemacht hat am Bökelberg. Lienen, Lill. Gut geschossen und gut aufgepasst von Dieter Bodensky. Johnny Otten gegen Matthäus. Ein Wurf für Werder. Ich habe den Eindruck, dass diese drei Tore kurz vor Ende der ersten Spielhälfte der Begegnung gut getan haben. Es ist jetzt lebendiger. Fronzeck gegen Schaaf. Schön gemacht. Bis auf den Abschluss. Fronzeck, Borussias eigentlicher Linksaußen, so möchte ich fast sagen heute. Dabei hat er als Hauptaufgabe die Bewahrung von Rheinz. also in der Tiefe時間i, so möchte ich gleich vor, animp judge ab, das stimmt. Ich habe den prü massperren, so im Auscho sein. Ich habe Ihre Aufrucke mit mir, dann soll ich dich jetzt aber anschauen. Ich gehe mit embargo заключ Catal perceptions, als Herr Rheinz da Kern blendet. Aber wir kommen Wonderful. Erlofsson bei Norbert Meier. Der Norweger ist ein sehr harter Abwehrspieler. Reichtschlussentscheidung. Völlig in Ordnung. Das ist Uli Sude. So, jetzt kommt der wohl beste Einwerfer der Bundesliga, Uwe Reinders. Er kann auch weiter. Regelwidrigkeit von Schaaf. Freistoß für Mönchengladbach. Hier haben wir Schaaf, den Außenverteidiger. Das war's für Mönchengladbach. Es wäre noch ein bisschen früh aufhalten des Ergebnisses zu spielen. Es sind jetzt 58 Minuten vorbei. 2 zu 1. Führt Borussia Mönchengladbach. Und Werder greift an. Meier in Abseitsposition. Richtig signalisiert und richtig entschieden von Schiedsrichter von Time. Ja, das kann man eben aus dieser Zeitlupenwiederholung nicht erkennen, dass Norbert Meier eindeutig im Abseits stand. Reichtschluss bin. Vielen Dank. Fichter, Schaf. Sittkamp. Johnny Otten gegen Rahn. Und der erste Eckball für Werder Bremen gegenüber sieben Eckstößen der Borussia. Das sagt ein bisschen was über die Spielanteile in der bisher gesehenen Stunde Pokalhalbfinale. Nach Toren steht es knapper, steht es 2 zu 1 für Borussia Mönchengladbach. Benno Möhlmann. Die Bremer jetzt gefährlicher. Sie müssen ja aufmachen und ich nehme an, Sie werden gleich auch noch einen Stürmer bringen, um hier zum Ausgleich zu kommen. Und der erste Eckball hat sich um, hier zum Ausgleich zu kommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Zu schön, dieser Pass von Matthäus für Hahn nicht mehr zu erreichen. So, jetzt hat Lewald Lienen mal Raum, nur noch gegen Klaus Fichtel. Da fehlt ein richtiger Abschluss. Ja, das waren so gut drei, vier Meter bis zum Torpfosten. Ewald Lienen. Klaus Fichtel. Klaus Fichtel. Lienen. Matthäus. Will. Und Schäfer. Es gibt jetzt mehr Torszenen, Torschusszenen, als während der ersten 45 Minuten. Nochmal, Mill gegen Siegmann. Und dann kommt Kampf zu Hilfe. Schön, wie Schäfer das macht. Na, was Sie nicht sehen können, drüben vor dem Tor, jetzt haben wir es im Bild, von Uli Sude gibt es eine dieser unerfreulichen Rauchbomben. Und auf der anderen Seite, hinter dem Tor von Bordenski, gab es auch schon einige dieser Zwischenfälle. Otto Rehagel, nachdenklich, ebenso wie Rudi Völler, der nicht spielen darf, weil er für dieses Spiel gesperrt ist. Oh, das scheint offensichtlich doch unangenehm zu sein. Ich sehe da zwei Spieler, die jetzt nicht im Bild sind, von jeder Mannschaft einer, die offensichtlich von diesem Rauch ganz schön irritiert worden sind. Und zwar Sitka und Rahen. Da sehen Sie sie. Ich will nicht hoffen, dass das irgendein Gas ist, das hier runtergekommen ist. Auch Uli Sude schlagen die Hände vor das Gesicht nach dem Wurf dieser Rauchbombe. Und meine Damen und Herren, um das gleich zu sagen, bitte vermuten Sie überhaupt nicht, dass hier irgendjemand simuliert. Spieler von beiden Mannschaften sind offensichtlich von den Auswirkungen dieser Gasbombe in Mitleidenschaft gezogen worden. Hier droht der Abbruch. Das ist ein Skandal. Und ich hoffe, dass Schiedsrichter Hontheim beruhigt zunächst einmal die Gemüter. Vielleicht kann die Kamera auch mal auf die Stehplatztribüne schwenken. Jetzt kommt die Polizei und sucht nach dem Täter. Jetzt kommt die Polizei. Vielleicht kann die Kamera mal raufschwenken oben auf die Zuschauerringe. Schauen Sie sich die Spieler an. Dieter, gibt es was Neues? Herr Schumann, was ist hier los? Da ist anscheinend eine Trainingsgasbombe geworfen worden. Ja, vorne am Tor ist eine Trainingsgasbombe geworfen. Die Schwaden kommen dann hier rüber und Sie sehen es ja, ne? Ja, mich betrifft es selber auch. Hoffen wir, dass das Spiel durchgeführt werden kann. Wann droht ein Abbruch? Das muss der Schiedsrichter entscheiden. Danke Ihnen. Das war eine präzise Information von Linienrichter Schumacher durch meinen Kollegen Dieter Adler. Vielen Dank, meine Herren. Jetzt muss abgewartet werden, kann hier weitergespielt werden. Wie, hier haben wir die Polizei in dem in Rede stehenden Viertel. Aber das nützt jetzt unten natürlich auch nichts mehr. Auch Fans betroffen von diesem Gas. Also ich möchte hier überhaupt keine Schuldzuweisung versuchen. Das war eben die Bremer Ecke. Das möchte ich feststellen, ohne aber jetzt zu sagen, wer hier diesen Gegenstand aufs Spielfeld geworfen hat. Und jetzt diese Gasbombe, um die es sich offensichtlich handelte. Auch eine schwierige Entscheidung jetzt für Schiedsrichter Hontheim, der mit den Akteuren, hier haben wir gerade Rigobard Gruber, kurz eingeblendet gehabt. Man sieht dort unten Lothar Matthäus, der mit den Fans diskutiert. Ich meine, wenn das Schule macht, liebe Fußballfreunde, dann gute Nacht, öffentliche Großveranstaltung Bundesliga. Die Polizei jetzt massiver im Einsatz. Man glaubt da, ich möchte offensichtlich einen abführen zu sollen. Ich will nur schlichtweg sagen, dass, was in diesen Minuten geschieht ist, darf nicht mehr passieren, egal aus welcher Ecke, egal in welchem Stadion, egal von welcher Züge. Recht hat er, der Stadionsprecher in Mönchengladbach, Rolf Göttel. Der übrigens hier selbst Kreisschiedsrichter Obmann ist. Ich will jetzt hier auch gar nicht spekulieren, ist das ein Protestgrund, wenn es weiter ginge. Und es sieht im Moment so aus, als könnte wieder gespielt werden, weil die Spieler signalisieren. Und auch die Bremer-Spieler, es geht wohl weiter. Lassen Sie mich noch mal schnell auf die Reminiszenz in der Halbzeit zurückkommen. Damals bei diesem Torpfostenbruch in der Bundesliga zwischen beiden Mannschaften wurde das Spiel nicht fortgesetzt und den Mönchengladbachern beide Punkte aberkannt. Hier also scheint sich, und das muss man jetzt auch mal den Bremern, wir hatten da gerade auch den Manager Willi Lemke im Bild, hoch anrechnen. Sie simulieren nicht, auch das hat es ja hier gegeben, der Ball ist freigegeben. Sie simulieren nicht, wie Weiland 1971 Bonincenia nach einem Büchsenwurf, der dann zur Annullierung des Spiels im Europapokal nach dem 7 zu 1 von Inter Mailand führte. Warum jetzt gepfiffen wird, verstehe ich überhaupt nicht. Die Zuschauer sollten eigentlich dankbar sein, dass die Spieler hier weiterspielen, denn sie waren wohl noch nie so gefährdet wie heute Nachmittag. Auch called a Jouca godt- tenth Demachmannukan, die Schüler мі102 von Inter Mailand. neighbour immer noch nie soinctions sind. Die Schüler haben wohl jetzt erlebt, nicht nur noch nie so entschieden. Dos Galaland hopeful side macht nicht nur noch nie so kurz und Persönlichke. Die Schüler haben wohl jetzt nicht nur noch nie so Gedanke. Die Schüler mehr liempfen. Die Schüler haben wohl auch teraz préc начала. Und Theyux haben μastiаньmie, die Schüler haben schon quasi microorganizeit sub計artieren. Vielen Dank. 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 Und das ist mehr als eine Vorentscheidung am Mönchengladbacher Bökelberg. Vielen Dank. wieder nachgespielt. Mit 4-5 Minuten. Wegen wegen der Unterbrechen. Und das ist mehr. Sittka und Anschlusstreffer. Benno Müllmann, der Kapitän, hält das Spiel noch einmal offen nach dieser Flanke von Sittka. Zwei Mittelfeldspiele also, die das jetzt hier für Werder besorgen. Und ich muss sagen, der SV Werder hält dieses Spiel offen, hält es spannend. Und nun eine Auswechslung. Karl-Heinz Kamp, der Spielertrainer, wir sehen es jetzt und ich mittlerweile auch. Wie Sittka flankt und wie Benno Müllmann diesen Ball per Kopf im Tor unterbringt. Hier haben wir den Kapitän, der Bremer, der vor etwa sieben Jahren von Preußen Münster an die Weser kam. Also, das scheint ja doch noch ein richtiger, ein spannender Pokalfight zu werden am ausverkauften Mönchengladbacher Bökelberg. Drei zu zwei. Matthäus. Und Siegmann rettet da. Ha, jetzt ist Musik im Spiel. Achter Eckball für Mönchengladbach. Hier sehen Sie noch einmal die tolle Einzelaktion von Lothar Matthäus. Der jetzt auch gleich den Eckball treten wird. Hier ist er. Hier ist er. Nochmal Matthäus, kann gleich stehen bleiben. Hier ist er. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Ball war weit weg. Odennewitz ist übrigens ein Amateur. Und Tor! Sitka! Wer ist das denn zu fassen? Spielt die Abwehr der Mönchengladbacher, da stand Fußball. Norbert Meiers Freistoß, hier sehen Sie ihn. Da kann ich nur sagen, Haus der offenen Tür heute am Mönchengladbacher Bökelberg. Da waren mehrere Treffer von den unsicheren oder sagen wir nicht genau deckenden Abwehrreihen vermeidbar. Kompliment an die Bremer, die hier doch schon vor wenigen Minuten noch geschlagen schienen. In der 76. Minute stand es noch 3 zu 1 und jetzt steht es 3 zu 3. Bei Mönchengladbach kommen zwei neue Leute, Kriens und Borowka, für Lienen und Schäfer. Und damit ist Hüben wie drüben das Auswechselkontingent erschöpft. Tor! 4 zu 3 durch Uwe Reinders. Und schauen Sie sich diese Freude bei Bremen an. Neubert. ...und 18. Spielminute. 4 zu 3 mit Hübener Bremen. Was für ein Spiel. Innerhalb von 5 Minuten 4 Treffer. Ich wiederhole nochmal. In der 76. Minute stand es 3 zu 1 für Mönchengladbach. Durch Uwe Rahn. Hier haben wir den Torschützen. Uwe Reinders. Macht das 4 zu 3 am Bökelberg. Dann 3 zu 2 in der 78. Minute durch Möhlmann. 3 zu 3 durch Sittka. Und dann das 3 zu 4 durch Reinders. Und zu spielen noch 8 Minuten. Zuzuglich der Nachspielzeit von 4 bis 5 Minuten. Das ist Kriens. Mill. Ja, entsetzen geradezu auf der Mönchengladbacher Bank. Kann man so ein Spiel noch verlieren. Vorhoffka. Mill. Der sehr fleißig war. Der immer anspielbereit war. Aber der zumindest im ersten Durchgang sehr lange auf sich allein gestellt war. Ja, da unterhalten sich Kamp und Völler. Rehagel steht auf. Also mir fällt im Moment nur die Binsenweisheit ein, meine Damen und Herren. Das ist Pokal. Das Spiel, das die Gladbacher sicher in der Tasche zu haben schienen, wird innerhalb von 5 Minuten so umgedreht. Ja. Schöne Einstellung. Da haben wir Winfried Schäfer, der das auch nicht passen kann. Und Funze. Das lässt vielleicht auch ein bisschen die Konzentration, die Kondition nach. Ja. Vielen Dank. Das Spiel ist härter geworden. Matthäus, im Moment letzter Mann, Bruns mit in den Angriff gewechselt. Jetzt müssen es die Gladbacher bald mit der Brechstange machen. Fronzek hat im Moment etwas Schwierigkeiten. Der junge Verteidiger, der ein großes Spiel gemacht hat. Der junge Verteidiger, der ein großes Spiel gemacht hat. Der Beistoß für Gladbach. Eine Boulevardzeitung hat nach den letzten glücklichen Erfolgen in den letzten Sekunden von Borussia Glücksbach gesprochen. Und dieses Glück bräuchte die Borussia, wenn dieser 3 zu 4 Rückstand nochmal umgedreht werden soll. Bruns, alle Feldspieler in der Hälfte der Bremer. Klar. Mal, da werden jetzt auch die Räume enger. Kaum noch durchkommen für die Borussia. Bruns. Mit den Doppelfässen ist das jetzt nicht mehr so. Mill gegen Siegmann. Eines der härtesten Duelle in diesem Spiel. Freistoß. Das sollte der Mill lassen. Und da hat Johnny Otten den Ball nochmal in den Rücken warf. Noch zweieinhalb Minuten regulärer Spielzeit. Kriens Kopfball. Ein langer Mann. 1,85. Ja, anstatt so lange zu dirigieren, hätte Bruns den Ball eher abspielen sollen. Aber wohin? Bremer spielen es jetzt sehr geschickt. Borovka. Bruns. Otto Rehagel, so kennt man ihn, hält es nicht mehr auf der Bank. Aber, dass man bei so einem Spiel nicht mehr ruhig sitzen bleiben kann, das müsste er eigentlich selbst der strengste Fußballfunktionär verstehen. 4 zu 3 führt Werder Bremen. Wir gehen in die letzte Minute der regulären Spielzeit. Karlofs. Die Bremer decken sehr genau, deswegen ist es so schwer, den freien Mann zu finden. Ja, der Trommler ist auch etwas ruhiger geworden. Die Bank der Bremer und Dieter Bordensky. So, liebe Zuschauer, in diesem Moment sind 90 Minuten vorbei, aber wegen dieses Zwischenfalls beim Werfen der Rauchbombe wird bestimmt vier Minuten nachgespielt. Da fragt irgendeiner, wer das Tor von Bremen gemacht hat. Die haben vier Stück gemacht. Borovka. Das war eine Stimme, die über irgendeines der Außenmikrofone möglicherweise auch an ihr Ohr kam, liebe Zuschauer. 4 zu 3 steht es für den SV Werder. Und wenn ich jetzt Schiedsrichter Hondheim richtig gedeutet habe, dann hat er signalisiert, noch fünf Minuten. Aber nehmen Sie mich nicht beim Wort. Und wir sind in der 91. Minute und das ist die Zeit, in der die Gladfahrer noch zu Torerfolgen kamen in den letzten Bundesligaspielen. Ball war aus, Ball war aus. Sonst hätte es für Sude brenzlig werden können. So, noch knapp vier Minuten, schätze ich. Freistoß für Werder nach diesem Foul. Uwe Reinders, der das Wichtige, das siebte Tor in diesem Spiel gemacht hat, zum 3 zu 4 in der 81. Minute. Am Ball steht Meier, der schießt auch. Am Ball steht Meier, der schießt auch. Jupp Heynckes, Ernst, um nicht zu sagen sauer, ist im fünften Jahr jetzt Trainer am Bökelberg. Und stand in diesem Jahr vor ganz großen Erfolgen. Das Pokalfinale am 31. Mai schien fast schon erreicht in der 76. Minute. Und jetzt liegt seine Mannschaft zurück und hat vielleicht noch anderthalb Minuten. Matthäus. Und Tor. Hannes. Aber, meine Damen und Herren, der Linienrichter hat die Fahne gehoben. Hier sehen Sie es nochmal. Abseits kann es nicht gewesen sein. Jedenfalls, Matthäus sehr erregt, wird diesem Treffer die Anerkennung verweigert. Es steht 4 zu 3 für Werder Bremen. Matthäus möglicherweise hier am Rande des Platzverweises. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum dieser Treffer nicht gegeben wurde. Ich habe keine Abseitsposition und auch sonst keine Regelwidrigkeit erkannt. Und Rund, nochmal Hannes. Matthäus. Mill hat nicht den Mut zum Direktschuss. Und Fichtel rettet zum 10. Eckball für Mönchengladbach. Was ist das für ein Spiel? Eckballverhältnis 10 zu 1 für die Borussia. Nach Toren führt Werder mit 4 zu 3. Und es sind vielleicht noch 30 Sekunden in der Nachspielzeit. Wir sind in der 95. Minute. Kriegs. So, meine Damen und Herren, jetzt stehe ich auch mal auf. Das ist ja nicht zu glauben. Was ist mit dieser Gladbacher Borussia los? Der Auswechselspieler Kriens bezwingt buchstäblich in letzter Sekunde der regulären Spielzeit. Dieter Bodrenski. Hier sieht man, wie sich Kriens freut. Ein sagenhaftes Pokalspiel. Freude auf der einen, Freude auf der anderen Seite. Ich glaube, Schiedsrichter Honthalm wird jetzt jede Sekunde abpfeifen. Und dann haben wir Verlängerung. Ja, das ist der Pfiff, den sie nicht gehört, aber gesehen haben. 4 zu 4. Rudi Völler schüttelt den Kopf. Michael Bronte. Ja, jetzt die Bilder kennen Sie aus vielen Pokalschlachten. Jetzt werden die Beine noch mal gelockert. Hier bei Uwe Rahn. Ein paar Minuten für die Pflege der Spieler und dann geht es in die Verlängerung. Sie kennen den Modus, liebe Zuschauer. Zweimal 15 Minuten Verlängerung. Ein Elfmeterschießen gibt es heute noch nicht. Steht es nach weiteren zweimal 15 Minuten. Immer noch unentschieden. Wie auch immer. Wer will das jetzt schon sagen? Beim Spielstand von 4 zu 4. Dann wird das Spiel in Bremen wiederholt. Der Eismann hat Hochkonjunktur. Sicher werden Sie dieses aufregende Spiel auch einen Moment diskutieren wollen. Hier die Bremer mit Sittka. Sehr fleißig gearbeitet. Siegmann, der Bewacher von Mill. Borowka mit der 13. Das Schiedsrichter gespannen, das hier gute Arbeit geleistet hat. Ja, vielleicht hören wir was. Von der Taktik her jetzt. Das ist natürlich so. Die Spieler sind erschöpft. Das sieht man auf beiden Seiten. Und deswegen noch auf jeder Seite vier Treffer. Das waren alles Konzentrationsfeder. Und wir haben eine lange Saison hinter uns. Und das merkt man bei beiden Mannschaften. Sie haben viel Arbeit. Danke. Ja, ich habe hier nochmal den Rudi Völler. Das ist wahrscheinlich schlimmer, bei einem solchen Spiel auf der Bank zu sitzen, das mitzuspielen. Ja, das ist also von der Dramatik her kaum noch zu überbieten, so ein Spiel. Also, wir haben ja praktisch das Spiel schon verloren gehabt nach dem 3-1. Dann haben wir in zehn Minuten drei Tore gemacht. Und waren sahen aus wie die Sieger und waren dann auch so ein blödes Tor rein. Ich habe gerade von den Gladbachern noch gehört. Ich konnte nicht ganz verstehen, wer es war. Ich glaube, der Jupp Heinz ist der Trainer, sprach von Konzentrationsfeder in seiner Mannschaft. Woran lag es denn bei den Gegentoren gegen die Bremer? Ja, das wird im Prinzip genauso gewesen sein. Weil man sicherlich ist es natürlich äußerst unglücklich, wenn wir kurz vor Schluss dann noch zum Tor reingucken. Sie haben ja mit auf der Bank gesessen. Wie haben Sie die Situation mit der Tränengasbombe erlebt? Ja, wir haben eigentlich gedacht, das wäre also, ich komme da öfters mal von, so normale Rauchbombe oder so. Und wir haben also auch dann die Wirkung gespielt, als wir auf der Bank saßen. Also, das war unwahrscheinlich. Meinen Sie denn, dass es überhaupt noch regulär war, danach weiterzuspielen? Denn Ihre Spieler waren ja wohl mehr betroffen als die Gladbacher. Ich glaube, das ist nach der Pause von fünf Minuten. Es war eine fünf Minuten Pause, dann ging es wieder einigermaßen. Wagen Sie denn jetzt einen Tipp, wie es weitergeht? Reichen die Kräfte noch bei Werder Bremen? Ja, ich hoffe es, auf jeden Fall, ja. Okay, dann würde ich Sie zu Ihren Kameraden hinlassen. Dankeschön. Frank Mill, Erschöpfung, die Baden werden massiert. Ja, nach den ersten 19 Minuten ist man schon ein bisschen kaputt. Was war mit dem Tor von Wilfried Hannes? Haben Sie das gesehen, warum es nicht gegeben wurde? Das weiß wohl nur der Linienrichter. Denn als letzter Mann stand ein Bremer näher zur Linie als der Winnie Hannes. Also war kein Abseits. Ich glaube, dass man noch ein Tor geschossen hat. Reicht die Kraft noch? Ich hoffe. Ich hoffe, die reicht bei uns. Danke. Bitte. Ich finde das toll, dass die Spieler auch in dieser Situation wenigstens ganz kurz uns hier auch Rede und Antwort standen. Und ich muss noch mal sagen, auf die Frage reicht die Kraft noch. Beide Mannschaften haben ihr Auswechselkontingent bereits erschöpft. Bei Mönchengladbach sind Borowka und Kriens für Schäfer und Lienen gekommen. Und bei Werder Bremen, Kamp und Ordennewitz für Gruber und Widerkamp. So, liebe Zuschauer, jetzt geht es weiter in die zweimal 15-minütige Verlängerung unter der Leitung von Schiedsrichter Hontheim aus Trier. Da wird also nochmal Platzwahl veranstaltet. Und was will man jetzt noch sagen, das Flutliche ist längst an. Bedingungen auf beiden Seiten gleich. Wind so gut wie nicht vorhanden, also bleibt man stehen. Werder hat Mittelanstoß. 4 zu 4 Stand ist nach insgesamt 95 Minuten. Die Pfiffe gehören mittlerweile zum Ritual. Ich möchte eigentlich sagen, dass gerade diese bravouröse, obwohl ersatzgeschwächte Bremer Mannschaft uns hier diesen tollen Pokalkampf beschert haben. Benno Möhlmann ist da offensichtlich hart getroffen worden. Trotz Schienbeinschützer. Nein, ich wünsche jetzt keiner Mannschaft einen Verletzten. Ja, das war Rahn, der da von hinten einstieg. Auch deswegen, weil überhaupt nicht mehr ausgewechselt werden kann. Weil die Spieler, sie haben es selber gesagt und sie, liebe Zuschauer, haben es sicher auch erkennen können. Wir haben ja auch darauf hingewiesen, ziemlich am Ende ihrer Kräfte sind, nach einer langen, strapaziösen Saison. Man soll das nicht überbewerten, schließlich werden sie auch dafür bezahlt. Aber dieses Spiel hat Kraft und hat Nerven gekostet. Fichtel. Ja, ich sollte vielleicht auch mal von uns aus darauf hinweisen, dass folgende Programm, die Ansprache des DGB-Vorsitzenden und die Tagesschau verschieben sich jetzt einfach bis nach Ende dieses Pokalspiels. Ja, ich sollte vielleicht auch mal von uns aus. Eine tolle Atmosphäre am Bökelberg unter den 38.500 Zuschauern. Überflüssig zu betonen, dass hier noch keiner oder kaum einer gegangen sein dürfte. Ja, und jetzt will das Publikum der müden Borussia mit Pfiffen helfen. Neubart. Neubart. Herr Lofsen, der Norweger. Matthäus. Ohweyer. Das werde ich gerne auch nochmal in der Zeitlupe sehen. Ja, das ist Ordonewitz. Gefault von Ringels. Die Volksseele kocht. Drüben weiterspielen. Höben faul. Dieses war sicherlich klarer zu erkennen. Hier haben wir die Szene nochmal. Also für mich war das nicht Astrein. Aber Zeit zum Nachkarten bleibt kaum. Das ist Herr Lofsen, der da am Boden liegt. Offensichtlich ein Wadenkrampf. Offensichtlich ein Wadenkrampf. Sie können das jetzt nicht sehen, er wird an der Wade massiert. So, jetzt macht die Kamera auf. Dankeschön. Das ist Herr Lofsen. Norbert Mayer tritt den Freistoß. Fichtel. 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 das ist wieder frank ortenewitz der amateur bei werder zweiter eckstoß für bremen wiederhole das nochmal zehn eckbälle hatte borussia mönchengladbach in der regulären spielzeit 4 zu 4 stand es nach insgesamt 95 minuten jetzt sind wir in der sechsten minute der verlängerung immer noch 4 zu 4 und und rein das beim eckstoß und Ja, den kriegt der Ring jetzt nicht mehr. Ja, Otten. schön gemacht ja jetzt nehme ich an wird siegmann die gelbe karte sehen nach dem wiederholten faul an mill da ist sie bei mönchengladbach wurde ringels verwahrt dita bodencki ja 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 kämpfen fordert das publikum frage mich wer kann das noch von den 20 akteuren da unten matthäus einer unheimlichen energieleistung gesperrt freistoß naja sie haben jetzt nicht sehen können da wird der ball mal weggetreten das sind so die spielchen die dazugehören fichtel siegmann lange neuwart damit in der abwehr sitka auch er ja von gardemaß 1 85 mühlmann wir haben nicht den eindruck dass das 9 15 sind schiedsrichter hontheim der hier gut begonnen hat lässt ein bisschen nach in der verlängerung matthäus bremens bank eckball nummer 11 für mönchengladbach ringels wird ihn treten und die suede in der art wie weiland peter radenkovich aber das ist nicht ungefährlich denn die bremer machen sofort auf da hat ein meter gefehlt bei dem schuss von ordenovic und Vielen Dank. Vielen Dank. Die Kopfballstafette. Und jetzt, aah, Notbremse von Klaus Fichtel. Der Schiedsrichter hat es anders gesehen. Ja, ich weiß nicht, ob der Unparteiische gut beraten ist, das alles weiterlaufen zu lassen. Der Schiedsrichter hat es anders gesehen. Der Schiedsrichter hat es anders gesehen. Schiedsrichter hat es anders gesehen. Schiedsrichter hat es anders gesehen. Eine Minute, dann ist die erste Hälfte der Verlängerung vorbei. Es steht weiterhin 4 zu 4 in diesem DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SV Werder Bremen. 4 zu 4, wie auch schon nach Ende der regulären Spielzeit. Rein das. Kann ja schießen. Musik minuten der verlängerung sind vorbei schiedsrichter hondheim austria noch 15 minuten liegen vor ihm und den akteuren und es geht jetzt auch gleich weiter ganz klar dass die bremer taktik jetzt sein wird und sein muss hier aufhalten dieses unentschieden zu spielen hier die mönchengladbacher deren ausgangsbasis eine ganz andere ist sie hätten es vermutlich wer will das schon sagen einfacher gehabt oder noch hier die entscheidung zu suchen denn in einem wiederholungsfall hätte werder voller petzai möglicherweise auch gruber und okudera also die verletzten mit dabei und das heimrecht im weserstadion bedeutet ja ebenfalls einfluss für diese mannschaft die sich hier bravourös geschlagen hat genauso wie die mönchengladbacher borussia ein tolles pokal spiel auch wenn wir viele fehler gesehen haben die dann zu den toren führen so die letzten 15 minuten laufen jedenfalls am böckelberg für dieses pokalspiel steht dann ein endspielteilnehmer am pokalfinale 84 fest sie können noch wetten meine damen und herren grins matthäus eigentlich die erste unsicherheit von boden ski und scharf geht da ganz schön zur sache luther matthäus tritt den eckball worauf worauf grins hat die chance tor ja der junge kann sich freuen in der 107 spielminute nach dieser flanke von borovka nimmt grins den ball herrlich an das ist eine leistung das ist das schon die entscheidung wer liebe zuschauer will das jetzt schon behaupten nach diesem wirklich irrsinnigen pokal spiel darf noch mal daran erinnern zur pause 2 zu 1 von mönchengladbach in der 76 minuten führte die borussia mit 3 zu 1 dann drehte werder bis zur 81 minuten den spieß um führte 4 zu 3 in der 95 minuten so lange musste nachgespielt werden machte grins das 4 zu 4 und er erzielt als der joker der glattbacher jetzt auch das 5 zu matthäus und meyer im gespräch auch nicht so ganz freundlich oder doch ja 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 Applaus Applaus Klaus Fichtel, der älteste Profi in Deutschland, er hat sich wacker geschlagen, auch wenn er beim ersten Tor der Gladbacher nicht gut aus sei, hat wacker durchgehalten, nunmehr bereits fast 110 Minuten. Applaus Das heißt, da müssen sie ja immer noch 5 Minuten dazu addieren, denn die reguläre Spielzeit, die normale Spielzeit war ja nicht normal, sie dauerte 95 Minuten. Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Junge Fronzek, der Schuss hätte auch sein Tor verdient gehabt. Das wäre dann die Entscheidung gewesen. So aber bleibt Werder noch sechs Minuten Zeit, um zum Ausgleich zu kommen. 5 zu 4 führt Mönchengladbach und greift mit Hannes an. Abseits der Pfiffe des Schiedsrichters werden Sie wie wir kaum noch in diesem Lärm hören können. Freistoß für Werder. Noch fünf Minuten zu spielen. 5 zu 4. Feuerführung für Borussia Mönchengladbach. Noch in der Verlängerung des DFB-Halbfinal-Pokalspiels hier am Böckelberg. Mill und Siegmann. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Und hier. Und hier bleiben zwei Spieler liegen. Aber Spiel läuft weiter. mit Brunz mit Brunz mit Brunz. Das sieht möglicherweise, liebe Zuschauer, sieht möglicherweise schlimmer aus als es ist. Bei diesem harten Luftkampf, wenn ich das mal so sagen darf, im Strafraum der Mönchengladbacher. Neubart noch am Boden. Vielleicht sehen wir hier die Szene nochmal. Da falten gleich vier Spieler zusammen. Auch Sude war rausgekommen aus seinem Tor. Der junge Mittelfeldspieler Uwe Rahn, der eine so große Saison hinter sich hat. Blutet stark. Was ist mit Neubart? Auch Sude wird behandelt. Hier ist der junge Neubart noch sehr benommen. Hoffentlich riskiert man jetzt nicht, falls er eine Gehirnerschütterung hat. Ich höre gerade, dass Uwe Rahn an der Augenbraue eine Platzwunder hat, die sicherlich genäht werden muss. Ich glaube nicht, dass er noch spielen kann. Und ich sagte schon, das Auswechselkontingent der Mönchengladbacher ist bereits erschöpft, ebenso wie das der Bremer. Sicherlich ein Sportunfall, wie er immer passieren kann beim Kampf um den Ball. Hier war keine Unfairness festzustellen. Otto Rehagel im Gespräch mit Norbert Mayer. Uli Sude, der Torhüter, liegt auch noch am Boden. Die Gladbacher, um das also nochmal ganz deutlich zu sagen, könnten also noch nicht einmal mehr den Torwart bringen. Es müsste dann ein Feldspieler ins Tor. Sude steht wieder. Kriens ist bei ihm. Bei Uwe Rahn lautet die nachgeschobene Meldung von meinem Kollegen unten, Nasenbeinbruch. Und Schiedsrichter Rondheim muss jetzt nochmal entscheiden, wie viel er nachspielen lässt. Denn auch diese Verlängerung geht nun zu Ende. Wir sind also jetzt am Ende der 120. Spielminute in einem Pokalkampf, der sicherlich seinesgleichen sucht. 5 zu 4 führt Borussia Mönchengladbach, muss aber die letzten 3, 4 Minuten, die jetzt sicher noch nachgespielt werden müssen, mit 10 Mann über die Runden bringen. Rein das beim Einwirk. Neubart ist wieder mit dabei. Neubart ist wieder mit dabei. Unglaublich, wie Sude da nochmal sich recken kann, denn er ist bestimmt noch benommen, soweit ich das von hier oben erkennen kann, nach diesem Schuss von Rheinlitz. Und da hatte Mill noch einen Fuß dran. Und da hatte Mill noch einen Fuß dran. Neubart ist wieder mit dabei. Heute hat er jetzt mit dabei. Vielen Dank. So, wir sind jetzt gleich drei Minuten über die Zeit in dieser Verlängerung des Pokal-Halbfinals zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SV Werder Bremen. Die Gladbacher führen mit 5 zu 4 nach einem wirklichen Pokal-Krimi. Klarer Ball, hier steht Matthäus im Abseits, das war noch nicht der Schlusspfiff. Es hat sicherlich viele individuelle Fehler gegeben, Hüben wie drüben, aber das sollte jetzt vergessen sein, es war ein wahnsinnig aufregendes Spiel. Nochmal die Bremer. Und auch da ist Sude getroffen worden von Siegmann. Hier sehen wir die Wiederholung. Sude raus aus dem Tor und wird von Siegmanns Fuß erwischt. Eckball für Werder durch Meier. Frank Mill. Und das ist der Schlusspfiff. Riesenfreude bei Borussia Mönchengladbach. Mit 5 zu 4 nach Verlängerung zieht die Borussia ins Endspiel um den DFB-Pokal ein. Das am 31. Mai in Frankfurt stattfinden soll. Der Gegner wird ja erst morgen ermittelt zwischen Schalke und Bayern München. Die Gladbacher, die alle Nuancen der Gefühlsskala durchmachen mussten. Genauso wie die Bremer, die ein ganz großer Gegner war. Hier haben wir Frank Mill, Herlofsson und Hannes. Und eine sicherlich tief traurige Bremer Mannschaft, die aber hier ein ebenso großes Spiel gemacht hat. Wir haben noch nie, glaube ich, ein Halbfinale im DFB-Pokal übertragen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie hatten zweieinhalb spannende Fußballstunden zu Hause. Und damit verabschieden wir uns vom Mönchengladbacher Böcke.